Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte, mit Mona und Marcel Mann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Watchlist. Wir müssen sagen, es ist nicht irgendeine Folge, es ist die 50. Folge. Werden wir 50, Marcel? Celebrate Watchlist, come on. Wir haben uns großartig gehalten, man sieht uns das Botox kaum an und es ist einfach, es fühlt sich großartig an. Ein Grund zu feiern in diesen Zeiten, wow. Mein Piccolo ist offen. Herzlichen Glückwunsch zu 50 irrelevanten Folgen des Sex-Podcasts Watchlist. Schleimhaut, ole. Das hast du großartig ausgedrückt, genau so ist es. Wir sind übrigens Marcel und Mona alias Marcelflix und Monason Prime und dieses ausgereifte Wortspiel wurde ihnen präsentiert von einem Hund namens Beethoven. Oh, den habe ich so gern gemacht. So gern. Die ganzen 23 Teile, die es da gab, die habe ich geguckt. Leider musste er eingeschläfert werden. Natürlich irgendwann. Das hätte ja auch keiner gern mehr. Drogenprobleme. Ja, ja. Er wurde zu früh berühmt einfach. Zu früh, zu schnell. Ja, ganz schlimm. Geht's dir gut? Ein Update? Nein, mir geht es gar nicht gut. Nein, warum? Gut, dass du fragst. Seit ich mit Prinz Harry verheiratet bin, habe ich schon sehr viel medialen Druck und ich weiß nicht, ob ich das länger durchstehen kann, aber danke, dass du gefragt hast. So gern. Es ist schlimm, wir als Prinzessinnen haben es auch einfach nicht leicht. Da, da, nein, da spiegeln die Filme einfach ein falsches Bild wieder. Nee, das ist wirklich Lüge. Ja, es ist ganz schlimm. Ich sage das immer wieder, aber es will ja keiner da auf mich hören in Hollywood. Das ist halt so. Man muss... www.hollywood.de Ja, man muss damit arbeiten, mit was man bekommt. Ich spiele hier nebenbei mit der Katze, die war nämlich jetzt alleine. Du hast eine Katze? Erzähl doch mal, Mona. Ich habe sie jetzt mittlerweile bei Instagram introduced. Die Leute lieben sie. Trotz ihrer Hässlichkeit. Ja, sie hat ja so kurze Beine. Das ist ja wie so ein kleiner Dackel oder wie ein Gorki, wie du immer sagst, weil sie so vorne so kleine Beinchen hat und das ist gewollt so. Ich wollte unbedingt so eine, weil die eben gut für zu Hause geeignet... Ja, das wäre auch recht schlimm, wenn es dir viel zu spät aufgefallen wäre. Ja, aber pass auf, die sind gut für zu Hause geeignet und deswegen wollte ich die unbedingt haben und dann habe ich bei Instagram eine Story gemacht und guck mal, das ist übrigens Louis und dann schrieb die eine, Ach, wie toll, dass ihr euch für ein Kätzchen mit Gendefekt entschieden habt. So als hätten wir die wohltätig gerettet, aber eigentlich wollten wir sie genauso unbedingt haben. Aber ja. It's a rescue. Ich nehme das so an und bedanke mich recht herzlich. Das war wirklich schön. Ja, und dann spiele ich... Und ich kann bestätigen, diese Katze ist hochbegabt. Ja, ist sie auch. Da spiele ich mit ihr jetzt ein bisschen nebenbei. Die Hochbegabte möchte ja beschäftigt werden. Ne? Und bin... Und das Beste ist, wenn die hochbegabte Katze schreit, weil das hat ungefähr zwei Dezibel. Ja. Aber sie gibt alles. Sie denkt, Eiderzacken... Das Gesicht sagt, ich gebe alles. Nur wenn man nicht hinguckt, hört man es nicht. Ist immer so... Ja, genau so. So wie eine Maus. Ja, ja. Aber der Mund ist sperrangeweid offen, das Gesicht ist sehr angestrengt bei dieser Handlung und man denkt, Eiderzacken, da müsste jetzt ein Löwengebrüll rauskommen, aber nein. Leider nein. Leider kommt da raus. Aufgrund des Gendefekts kommt da leider nichts raus, aber sei es drum. Wir haben jetzt ein neues Mitglied der Familie. Ich musste sehr vielen Leuten erklären, dass es nicht meine Katze ist, obwohl ich, wie ich finde, in dem Text sehr deutlich gemacht habe, dass es nicht meine Katze ist. Nein, hast du eigentlich wirklich. Bei Instagram hast du das schön gepostet und ja, eigentlich war klar, dass du ein Partneronkel bist. Es hat keiner geliked. Es hat keiner geliked, okay? Ach, scheiße. Ich dachte, Katzencontent funktioniert im Internet drin. Es waren fast 900 Leute, die es nicht geliked haben. Ich hasse sie. Jeden Einzelnen davon hasse ich. Wir spüren sie auf. So, und eigentlich ist das kein Katzenpodcast. Vielleicht ist das die neue Marktlücke. Vielleicht sollten wir einen Katzenpodcast machen. Gibt es Katzenpodcast? Ja. Ah, ein Podcat machen wir. Podcat. Podcat. It's amazing. Ich liebe es ja nur. Wir machen Podcat. Dann machen wir Podcat. Ich weiß nicht, ob wir damit 50 Folgen füllen würden. Sicher. Sicher. Allein schon die Giardien würden die ersten 10 Folgen füllen. Stimmt. Wir hatten ja Parasiten auch. Ja, wir hatten ja auch natürlich Parasiten. Das ist alles am Start. Jetzt ist die Kur durch. Man muss 10 Tage Parasitenkur machen. Giardien. Giardien. Giardien of the Galaxy. Genau. Ja, es klingt wie eine Geschlechtskrankheit. Es sind aber nur Parasiten. Keine Sorge. Also haben wir Parasiten ohne Geschlechtsverkehr vorgehabt. So, Glück gehabt. Glück. Naja, und jetzt müssen wir zwei Wochen warten und dann müssen wir nochmal den Stuhl untersuchen. Und dann gucken wir, ob wir es so gekonnt vernichtet haben. Und du liebst es. Ich liebe es. Einfach die Grubenlampe auf, die Spülhandschuhe an und dann wird der Stuhl untersucht. Rein da. Siehst du, also da werden die ersten Folgen schon gerettet. So, es ist also weder ein Katzen-Podcast noch ein Parasiten- oder Geschlechtskrankheiten-Podcast. Es ist ein Serien-Podcast und heute mit einer ganz besonderen Serie Made in Germany. Ja, eine Serie. Und ich freue mich sehr stark über diese Serie in unserem Serien-Podcast. Und er ist wirklich, also apropos Stuhl, es geht um Dark. So muss er nämlich sein bei Katzen. Ja. Es geht um Dark und Dark ist eine düstere, auch wenn hier bei mir steht eine süstere, aber es ist eine düstere deutschsprachige Netflix-Serie, Nerdflix. Und es ist die erste Serie von Netflix, die in Deutschland entwickelt, produziert und gefilmt wurde. Und es ist ein absoluter Geheimtipp. Ja, ja, ja. Also Geheimer geht nicht. So sind wir. Und es ist ein Zuschauerwunsch, weil wir werden ja mehr geguckt als gehört. Und deswegen hat die Samira, die Samira hat sich das gewünscht. Und die Samira und du, ihr habt euch ja auch, also ihr erteilt euch ja auch eine Friseurin. Das kam ja jetzt raus in den letzten Tagen, weil ich habe natürlich auch Stuhl untersucht. Und da kam raus, ihr habt die gleiche Friseurin und Samira hat sich das gewünscht. Schön, vielen Dank Samira. Ich sage jetzt nicht ihren Nachnamen, weil ich jetzt nicht weiß, wie öffentlich Samira sich das gewünscht hat, aber Schaudern, Samira. Und wir sprechen heute über Dark, weil das ist eine ganz einfache, völlig unkomplizierte, für jeden nachvollziehbare Serie, die ich zu beschreiben vermag. Okay, Gott sei Dank. Jetzt hör mir, hör mir auf. Dark, also wer in der Serie mit wem, in welcher Zeitebene wie verwandt ist, lässt sich ohne kleine Grafik und visuelle Hilfe kaum nachvollziehen. Und wenn man es verstanden hat, dann kamen noch andere Zeitebenen dazu. Ja, natürlich. Es ist ein bisschen wie höhere Mathematik oder wie Mathematik ab der siebten Klasse für mich. Genau, mein Ding. Und deswegen habe ich aufgrund, also aufgrund von Verständnis, habe ich Wikipedia zurate gezogen. Und mit Hilfe von Wikipedia kann ich jetzt den Inhalt von Dark wiedergeben, obwohl ich drei Staffeln gesehen habe. Toll. Es ist ein bisschen schwer, das zu beschreiben. Ich würde mal sagen, es regnet viel, es gibt Bushaltestellen und Wald. Das reicht doch vollkommen, mehr brauchen wir doch gar nicht. Es ist für mich, ist es im Grunde genommen meine Vergangenheit. Nur wir hatten kein Atomkraftwerk, wir hatten gar nichts. Nicht mal das, nicht mal das. Nee. Scheiße. Und jetzt halte ich fest, Mona, ich weiß, du liebst ja solche Serien. Du liebst ja düstere, deutsche Serien ohne Musicalanteil. Ja, ja. Also, schnall dich und Luis an. Los geht die wilde Fahrt. Also, Kinder da draußen, an unsere fünf Zuschauern, bitte hinsetzen. Die Geschichte von Dark beginnt in der fiktiven deutschen Kleinstadt Winden. Am 21. Juni 1900, nee, 2019. Ach Gott. So fängt es schon mal an. So, da beginnt die Geschichte. Ja, okay. Mit dem Suizid von Michael Kahnwald. Der hinterlässt einen Brief mit dem Hinweis, ihn nicht vor dem 4. November um 22.13 Uhr zu öffnen. Das ist aber genau. Die Handlung ist es eine sehr genaue Handlung. Und wenn man einmal zwinkert, hat man die halbe Staffel nicht verstanden. Das ist schlimm. Ja, und die Handlung setzt sich an dem Morgen dieses Tages dann fort. Michaels Sohn Jonas, das ist die Hauptrolle. Jonas kehrt von einem monatelangen Aufenthalt in der Psychiatrie an seine Schule zurück. So, da freut man sich doch. Jonas geht's also gut. So, ein Junge namens Erik Obendorf wird seit 13 Tagen vermisst und die Suche der Polizei verlief bisher nicht so erfolgreich, dementsprechend erfolglos. Und die Bewohner, allen voran die Eltern des Jungen, sind halt beunruhigt, obwohl viele denken, Erik wäre von zu Hause weggelaufen. Anscheinend sind die Eltern von Erik nicht so nett. Okay. Als dann aber eine Gruppe Jugendlicher, nämlich die Martha, Jonas, Bartosz, Magnus und dessen jüngerer Bruder Mikkel, sich auf die Suche nach Drogen, die Erik dort versteckt haben soll, in den Wald zu den Windener Höhlen aufmachen, nehmen sie unheimliche Geräusche aus der Höhle wahr und ihre Taschenlampen flacken. Nein. Das passiert in der Serie noch häufiger. Okay. Das sind sozusagen, das ist auch das Girl-Squad, Martha, Jonas, Bartosz, Magnus und Mikkel, die sind das Girl-Squad von Winden, die sind die Winden-Bitches, wie ich sie gerne nenne. Klingt, könnte auch eine Prenzlauer Berg, Prenzlauer Berg-Mädels-Klicke sein, Berlin-Prenzlauer Berg, so klingen die. Bartosz ist auch wirklich, also folgt ihm bei TikTok und dann flackern die und blinken die Lampen und die hören Geräusche, dann rennen die weg. Und auch aus ihrer Flucht aus dem Wald verläuft sich der kleine Mikkel, das ist nämlich der kleinste von denen, und geht verloren. Oh nein. Und der geht wirklich verloren, weil dann muss die Polizei den suchen. Okay. Und die Polizisten Charlotte Doppler und Ulrich Nielsen, der auch Mikkels Vater ist, die finden den Mikkel nicht, aber in der Nähe der Höhlen eine Leiche eines anderen unbekannten Jungen. Oh Gott, des Himmels. Das ist jetzt halt ungünstig, weißt du, du suchst halt einen, findest einen anderen, denkst, ich habe jetzt gar keine Kapazitäten dafür. Ja. Also sind jetzt insgesamt drei Jungs schon verschwunden? Ja. Okay. Oh Mensch, zu Ehre kommen wir später noch. Aber der Junge, den die finden, der hat so ganz starke Verbrennungen an Augen und Schläfen, so wie so eine, also so einmal rum, als hätte er so ein Haarreif, der ihm so runtergerutscht und hätte ihn so verbrannt. So sieht das aus. Und der hat geplatzte Trommelfelle. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass natürlich ein Dummy, das ist kein Schauspieler, den sie so geschminkt haben, da haben sie so eine Gummipuppe benutzt, die sehr gut aussieht. Na, Gott sei Dank. Und einige Zeit lang gelingt es auch, das geheim zu halten. Das muss man natürlich geheim halten, weil das super brisant dann in der Serie U, wir haben eine Leiche gefunden, wir erzählen es aber keinem, das ist unser Top Secret. Ja. Aber in der Stadt gerät allmählich alles in Panik. Mona, jetzt gibt es Panik. Wenn es durchdringt, na klar. Ja, aber währenddessen sieht man, wie Mikkel aus dem Wald hinaus, aus der Höhle läuft und zurück zum Haus seiner Eltern. Doch, jetzt kommt es. Als er da läutet, öffnet jemand, dem Mikkel anscheinend noch nie begegnet ist. Durch einen Zeitungsartikel wird Mikkel dann aber klar, dass er auf mysteriöse Weise im Jahr 1986 gelandet ist. Ach so, jetzt verstehe ich es. Okay. Das nenne ich mal verlaufen. Ja. Und der vermeintlich Unbekannte ist die jüngere Version seines Vaters. Ja, ja, ja. Okay, klaro. Dessen Bruder, Mats, also Mikkels Onkel sozusagen, dessen Bruder Mats kurz zuvor auf genauso unerklärliche Weise verschwunden war. Aha. Und jetzt denkst du, uh, das bisher ist ja kompliziert. Hihihihi. Von da an springt die Serie immer wieder zwischen den ganzen Girl-Squads und den Polizisten-Squads und allen Protagonisten in den Jahren 2019, 1986 und schließlich auch 1953 hin und her. Okay, also drei Zeitebenen und verschiedene Junge, die verschwunden sind. Ja, und zum einen sehen wir dann Mikkel, der gefangen ist im Winden des Jahres 1986 und zum anderen, andere, die anderen Kinder und Eltern, die in 2019 weiterhin Mikkel und Erich suchen, Erik und drei Tage nach dem Verschwinden von Mikkel wird plötzlich ein weiterer Junge namens Jasin vermisst und immer mehr Presse strömt nach Winden. Okay, na klar. Und Jonas, wir erinnern uns, Psycho-Jonas, hält inzwischen den verloren geglaubten Abschiedsbrief seines Vaters und erfährt dadurch, dass Mikkel, den er ja verschwunden hat lassen gerade eben in 2019, nach seiner Zeitreise unter dem Namen Michael Kahnwald aufwuchs und somit Jonas' Vater ist. Ach so, der dann verschwunden ist. Ich verstehe. Der ist ja geblieben in Winden und wurde dann bis zum Jahr 2019 war er ja schon ein erwachsener Mann und Vater. Ja, na klar. Und er konnte ja niemand sagen, dass er der verschwundene Mikkel ist, weil Mikkel war ja zu dem Zeitpunkt noch nicht verschwunden. Ja, ja, eben. Ach, es ist schon ein bisschen logisch auch, oder? Ja, noch ja. Ja, so. Okay, verstehe. Und ab dem Zeitpunkt nehmen sowohl der immer Verzweifeltere und seine Aggressionen, sag ich mal, verfallenen Ulrich, als auch Jonas die mysteriöse Aura der Höhlen und ihre Möglichkeit zu Zeitreisen wahr. Ja, das ist gescheit. Jetzt pass mal auf. Der Ulrich reist ins Jahr 1953 und versucht den jungen Helge Doppler zu erschlagen. Ja. Ja. Okay. Okay. Und nach und nach fügen sich immer neue Puzzleteile der verschiedenen Protagonisten in allen Zeitebenen zu einem Bild zusammen. Außer man war kurz auf Klo, dann hat man komplett den Faden verloren. Mal zurückspulen. Es ist wirklich schlimm und es kommt zu Tage, dass jeder der Charaktere seine eigenen dunklen Geheimnisse hat. Oh Wunder, ich habe nicht damit gerechnet, Mona. Nein, nein. Das kam überraschend. Außerdem, jetzt kommt's, taucht immer wieder der mysteriöse Pfarrer Noah auf. Ja, Pfarrer grundsätzlich. Bernd war keine Option, Noah musste der Pfarrer heißen, der in allen Zeitebenen Menschen zu seinem Vorteil manipuliert. Ja. Ich würde mal sagen, es war ein katholischer Pfarrer. Also, Jonas, wir kennen ihn noch, tiki-tiki-bum-bum, Jonas, versucht schließlich alle Ereignisse rückgängig zu machen und Mikkel wieder ins Jahr 1900, 2019 zu bringen, wird jedoch von Noah und dem Helge aus dem Jahr 1986 entführt. Ach du liebes Lottchen. Wir erinnern uns, der Helge, den man nicht erschlagen konnte in den 50ern, ist jetzt natürlich 30 Jahre älter. Ja, eine ältere Version von Jonas versucht gleichzeitig das Zeitreiseportal im Jahr 2019 zu zerstören und er schafft es in Wahrheit. Jetzt haben wir so ein Perpetuum mobile oder wie das heißt, was eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Und durch ein Portal, durch das sich der schwer verletzte Helge und der junge Jonas sehen können, landet Helge aus dem Jahr 1953, im Jahr 1986 und auch Jonas reist durch die Zeit. Okay. Und bisher, ich habe es ja wirklich gelesen, ich lese es, also gesehen, ich lese es jetzt, ich habe es wieder nicht verstanden. Nee. Es passiert so viel, weil alle, irgendeiner, irgendeiner reist immer durch die Zeit und man fragt sich, wo sind wir jetzt gerade? Und dann siehst du natürlich alle Schauspieler in verschiedenen Zeitformen, also in klein, in mittel, in alt und man, die haben ja nicht immer ein Namensschild. Ja, ja. Das heißt, man kommt nicht mehr hinterher im Ohne. Und man checkt aber, wenn man jetzt die Serie guckt, schon in welcher Zeitebene man sich befindet, weil das eine schwarz-weiß ist und das andere ist düster und das andere so. Oder und welche Person man vor sich hat oder ist das jetzt bloß in der Theorie so verwirrt und in der Praxis checkt man das oder ist das in der Serie auch? Also es ist nichts schwarz-weiß, aber man checkt, in welcher Zeit man ist, das checkt man. Okay. Welche Person man vor sich hat, kommt darauf an, wie oft man sie sieht. Dann begreift man irgendwann, ach, okay. Das muss der sein. Das ist sie und so. Okay. Aber Netflix hat da in den letzten Tagen oder Wochen das ein oder andere Bild veröffentlicht, wo man wirklich sieht, eine Rolle, welche Schauspieler die alle gespielt haben, diese Rolle. Und man muss sagen, das Casting ist wirklich, die sehen sich so ähnlich. Krass, oder? Also da haben sie Schauspieler genommen, drei verschiedene für eine Rolle und die sehen sich alle drei ähnlich. Das ist wirklich gut. Und in der finalen ersten Folge sehen wir dann halt Jonas, wie er plötzlich irgendwie in einer Zeit ist, wo die Kühltürme des Kraftzwerks total beschädigt sind und man sieht so radioaktive Zeichen und irgendwie so ein futuristischer, ja so ein Quadrokopter heißt das Ding. Also das ist wie so eine komisch aussehende Drohne, fliegt über ihn hinweg und man sieht so in Lumpen gekleidete Menschen, wie man das immer hat und man denkt sich, oh, das ist vermutlich die Zukunft. Oder ist das ein alternatives 2019, was als Folge der manipulierten Vergangenheit dargestellt wird? Ja. Man weiß es nicht. Es bleibt offen bis zu Staffel zwei. Okay. Ich wollte gerade sagen, also weil normalerweise kennt man das ja von Zeitreisenfilmen so, dass die Taten in der Vergangenheit, also wenn die die Vergangenheit, also in die Vergangenheit reisen und diese ändern, kennt man das ja aus Filmen, dass das Auswirkungen auf die Gegenwart hat. Das hört sich jetzt hier nicht so an. Also der eine hat Narben oder sowas. Ja, aber haben diese, die Geschehnisse in der Vergangenheit, die sie dann verändern, schon Auswirkungen auf die Zukunft oder nicht so dolle? Ich würde sagen schon, aber nicht so, am Anfang nicht so krass, dass Leute verschwinden. Okay. Dass es so einen ganz anderen Lauf nimmt. Ja, und alles ist in diesem Winden. Also alles findet dort statt. Das heißt, die reisen auch nicht in irgendeine große Stadt und sind dann weg, sondern alles bleibt in Winden, aber halt in drei Zeitebene. Zeitebene, na sicher, okay. Okay. Und wir haben, haben wir auch einen Trailer, Mona. Na sicher haben wir einen Trailer. Gut, dass der erst jetzt kommt, sonst hätte man nichts verstanden. Rein gar nichts. Jetzt können die Leute mal sehen, wie düster das ist, das Ganze. So ein bisschen düster. Zurücklehnen und die Geräuschkulisse wirken lassen. Bitte. Gestern, heute Morgen folgen nicht aufeinander. Sie sind in einem ewigen Kreis miteinander verbunden. Schon vor Wochen ist in der Kleinstadt Winden ein 15-jähriger Junge auf mysteriöse Weise verschwunden. Und nun alarmiert ein weiterer Vermisstenfall die Bürger der Stadt. Keine Spur, nichts. Als hat er sich in Luft aufgelöst. Alles ist genauso wie vor 33 Jahren. Alles wiederholt sich. Unter uns ist ein Mörder. Nicht nur die Vergangenheit beeinflusst die Zukunft, sondern auch die Zukunft, die Vergangenheit. Anfang ist das Ende. Und das Ende ist der Anfang. Ja, da ist wirklich viel Geräusch und auch ein bisschen Stimme gewesen. Es ist eine Düster-Serie, Happy Peppy-Düster-Serie. Und ich fand sie gut, sonst hätte ich keine drei Staffeln geguckt. Es ist sehr atmosphärisch. Ich kann nur die Handlung nicht so wiedergeben, weil ich vielleicht auch, weil es halt ein bisschen viel ist. Das sind viele Leute. Und da ist viel, der Junge hat immer so einen gelben Regenmantel an. Und es regnet halt viel. Und dann sind die im Wald. Und dann sind die in der Höhle. Viel mit Zeit einfach. Ich weiß es doch auch nicht, Leute. Das ist in Ordnung. Du hast die dritte Staffel schon geguckt. Die ist doch erst rausgekommen vor ein paar Tagen, oder? Das ist die finale dritte Staffel. Das habe sogar ich mitbekommen. Ja. Wahnsinn. Ich glaube, die kam, weiß ich gar nicht, vor zehn Tagen oder so. Ja. Aber ich bin halt einfach, das ist ein Service-Podcast ja auch. Natürlich. Ich kann nicht genau erklären, um was es geht. Ich kann aber sagen, dass ich es gesehen habe. So. So, würde ich mal das beschreiben. Wir sind hier nicht diese anderen Abfall-Serien-Podcasts. Nein. Die grüße ich an der Stelle mit Männern, die einfach die ganze Zeit nur so labern. Wir sind ein Mann und eine Frau und wir labern ganz anders. So nämlich. Ende jetzt. Da kann uns keiner was. Wir sind einfach zur Unterhaltung da. Die Kritik macht jemand anders. Die lese ich jetzt vor. Die Serie wurde nicht insgesamt positiv bewertet. Wie gesagt, selbst ich habe da schon von gehört, dass Salva Tyson. Beim Wertungsaggregator Rotten Tomatoes, wie wir ihn einfach so schön nennen, der Bewertungsaggregator, erreichte die erste Staffel bei den Kritikern einen Zustimmungswert von 86 Prozent, basierend auf 28 Bewertungen. Es war wirklich, also danke. Dieses Geräusch hat es perfekt zusammengefasst. Danke. Und selbst das ist noch lauter als Louis, muss man auch dazu sagen, wenn er schreit. Ah, Louis hat auch kein Mikrofon. Louis hat nämlich keinen Podcast. Oppa. Und ich habe ja die ganze Zeit versucht, die Namen Englisch auszusprechen, weil es ja völlig Quatsch ist. Es ist ja eine deutsche Produktion. Henrietta Rudenwald. Weil es ist lustig, dass sie Rodenwald heißt. Wer ist denn da aufgekommen? Wie Roden und dann Wald. Das finde ich einfach großartig. Also Henrietta Rudenwald. Rudensack. Auch schön. Vom Kino-Zeitpunkt.de betrachtet die Serie als gelungen durchaus. Sie vergleicht Dark mit der ebenfalls von Netflix produzierten Serie Stranger Things, was schon ein guter Vergleich ist. Allerdings ist Dark so ein bisschen noch düsterer und die 80er Jahre werden, sagen wir mal, bedrohlich angestrichen. Die haben so einen bedrohlichen Beigeschmack. Das Setting für die Serie beschreibt Rodenwald als perfekt. Und insgesamt ist Dark ein gelungenes deutsches Serienformat mit Suchtpotenzial. Suchtpotenzial. Kritischer ist da Anne Burgmer. Anne Burgmer. Vom Kölner Stadtanzeiger. Sie findet es ärgerlich, dass so ziemlich jede Szene von bedeutungsschwangerer Musik erschlagen wird, als hätten die Schöpfer irgendwie den Zuschauern nicht zugetraut, dass sie das auch selber erkennen. So ohne, ach so, jetzt ist da die Musik. Ja, wir werden super beschäftigt damit rauszufinden, wer gerade wer ist. Die Köpfe rauchen, dann braucht man die Musik. Ach so, Achtung, jetzt wird es bedrohlich. Und Bespannung. Wann der Spannungsbogen erhöht werde, genau, kommt einfach irgendwie viel Musik. Zudem findet sie, dass die Serie zwar toll aussehe, aber zu wenig Seele habe. Ich finde, da ist ganz schön viel Seele in verschiedenen Zeiten. Mir waren es zu viele Seelen. Ja, das ist wirklich der eine so oder andere so. Die zweite Staffel erzielt auf Rotten Tomatoes dann eine Bewertung von 100 Prozent sogar, basierend auf 29 Kritiken. Die Nutzer der Seite bewerten die Serie mit 97 Prozent, basierend auf 2046 Bewertungen. Und das ist schon eine Hausnummer, oder? Da 97 Prozent, vielen Dank. Ähnlich positiv zeigt sich Ron Stocklers. Der Ron Stocklers. Ich glaube, der heißt jetzt Ron Stocklers. Einmal, wenn ich das. Ron Stocklers. Von Berliner Radio-Sender Flux FM. Fluxum. 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 Er bewertet die komplexe Entwicklung innerhalb der zweiten Staffel von Dark als positiv. Deshalb sei die Serie jedoch keine Nebenbei-Serie. Das sagst du auch. Also man muss sich da schon konzentrieren und mitdenken. Kann man nicht einfach so nebenbei wegsuchen. Beim Bügeln. Die komplette Aufmerksamkeit des Zuschauers wird gefordert und zwar von der ersten bis zur letzten Minute. Und das verdient die Serie auch, die komplette Aufmerksamkeit. Zwischen April und Mai 2020 konnten auf dem Bewertungsportal Rotten Tomatoes Netflix-eigenen Produktionen bewertet werden. Und von 64 Serien wurden in der finalen Runde Dark als beste Netflix-Serie bewertet. Also beste Netflix-eigenen Produktionsserie. Von allen Leuten überhaupt. Also Dark ist die beste Netflix-Serie von allen Netflix-Serien überhaupt. Nicht nur die Deutschen, sondern die Welt hat entschieden. Außer Louis, weil der hat keinen Internetzugang. Hat die Welt entschieden. Dark ist die beste Netflix-Serie. Eigenprodukt. Und sonst würden wir ja auch nicht in unserer fast ersten Folge darüber sprechen. Eben. Das ist also schon krass. Und auch medienanalytisch ist der große Erfolg von Dark auf Interesse gestoßen. So ist auf dem Wissenschafts-Pornal. Ja. Ja, das ist richtig. Der Wissenschafts-Pornal. Wunderbar, bist du denn immer unterwegs im Internet? Auf welchen Pornalen? Wenn Pornal, dann wissenschaftlich. Das ist ja der großartigste Versprecher, seit es Versprecher gibt. Der Wissenschafts-Pornal. Sozialtheoretisten. Ein Aufsatz. Also ich fange nochmal an. Der Wissenschafts-Pornal. Terroristen. Also tschüss. Ich glaube, die nächsten 15 Sekunden einfach vorspulen. Dann haben wir uns gerade beruhigt. Ach Leute, das ist lustig. Okay. Wir tun es, als wäre nichts passiert. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Auch medienanalytisch ist der große Erfolg von Dark auf Interesse gestoßen. Und du hast es so versucht. Dein Gesicht war so angestrengt. Du weinst ja auch. Vor lauter Lachen weine ich einfach. So bin ich. So. Das ist immer das Lustigste. Wenn meine Mutter zusammensitzt, meine Schwester, meine Tante und ich. Wir sind alle so. Und dann lachen wir so. Also das ist wirklich schrecklich. Man versteht nichts mehr. Wir alle kichern so und weinen nur noch und schniefen. So ist das. Also so ist es auf dem Wissenschaftsportal Sozial. Das Wissenschaftsportal heißt Sozialterroristen. Nein, das heißt es nicht. Das heißt es ganz ähnlich. Ich kann nicht mehr. Ich sollte nie wieder ein Wort sprechen. Es tut uns irgendwie auch gar nicht leid, wenn ihr schon so knietief in der Serie seid und in unserer Folge. Wir gehen jetzt gemeinsam wieder hier raus. Oh, ich kann nicht mehr. Soll ich übernehmen? So ist es auf dem Wissenschaftsportal Sozialtheoristen. Ein Aufsatz zur dritten Staffel erschienen. Rezensent und Soziologe Marcel Schütz deutet den Erfolg der Serie in der Darstellung eines schaurig schönen Deutschlandportraits. Die Serie, das wird wissenschaftlich, die Serie offenbare dabei auch eine gewisse Netflix-amerikanische Handschrift. Die Detailgenauigkeit des geistig-moralischen BRD-Interieurs spricht Bände. Ironisch persiflierende Verspieltheit eingeschlossen. Das klingt nach jemand, der Spaß versteht. Eine Reihe prägnanter Rezeptionsaspekte. Ja, das heißt, da führt der Autor weiter aus. Der diffuse Stoff trenne den Geschmack im gegenwärtigen Deutschland. Treffe, nicht trenne. Okay, Leute, der hat jedenfalls gesagt, es ist sehr deutschig für Ausländer, aber doch so amerikanisiert, dass man dem auch gut folgen kann. Es ist kein Tatort, der manchmal sehr deutsch ist und man sich denkt, oh, piefig. Aber jedem Erfolg kann man erklären, warum er erfolgreich ist und jedem Misserfolg auch. Man kann im Nachhinein immer sagen, das ist so, weil so, aber man kann nicht erklären, warum Mona nicht Wissenschaftsportal und Sozialtheoristen aussprechen kann. Das wird für immer ein Rätsel sein, außer Galileo Mystery übernimmt. Übernimmt, aber wirklich, das wäre lohnenswert. 2018 gab es übrigens den Grimme-Preis auch noch in der Kategorie Fiktion. Also da sagen wir herzlichen Glückwunsch. Oder für eine deutsche Produktion finde ich das großartig. Ich finde das richtig, richtig toll. Die Serie ist auch super. Und jetzt, die sind ja auch nicht dumm, die Leute. Nee. Sondern die haben sich den ein oder anderen Kniff überlegt. Jetzt kommen wir zu den Fun Facts. Die zweite Staffel der Serie wurde nämlich am 21. Juni 2019 veröffentlicht. An dem Tag, an welchem die Handlung der ersten Staffel beginnt. Eben, geil. Sowas finde ich super. Sehr schön. Und die Berliner Verkehrsbetriebe haben zum Start der zweiten Staffel ein spezielles Dark-Tagesticket herausgebracht, das sowohl am 21. Juni 2019 als auch am 21. Juni 2022 gilt. Geil. Das finde ich, die BVG ist sowieso geile, die haben eine geile, äh, gar nicht mehr. Die haben so tolle Marketing-Terroristen. Ja, das wollte ich sagen. Die haben so pornöse Marketing-Terroristen, dass ich wirklich nicht mehr kann. Ich finde das großartig. Wie schön. Könnte man das, warte mal, 2019, 2052, könnte man ja erleben. Nicht wahr? Könnte man erleben. Es ist realistisch, aber man muss halt wirklich, ich würde es halt einrahmen, wenn natürlich findest du nichts, was du vor 30 Jahren abgeheftet hast. Ja, ja, das ist natürlich auch wahr. Finde ich großartig. Also ich finde viele Sachen nicht, die ich eigentlich in meiner Ordnung finden sollte. Nein, 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 habe ich auch nicht. Ich habe ein Ordner. Wie lautet nochmal Ihre Festnetznummer, die Sie nie benutzen, Herrmann? Ihr U2-Brater. Ich habe keine Ahnung. Lauter so, schwierig wird auch Puck und so weiter, ne? Wenn man hier so Puck-Dinger und so überhaupt sämtliche Kost. Hör mal auf, ich habe ein neues Handy. Ich sehe dich hier von meinem neuen Handy und die ganzen Online-Banking-Apps haben, musste ich wirklich installieren mit der Hilfe des alten Handys. Ja, das ist ganz stimmt. Sonst hätte es überhaupt nicht funktioniert. Hätte ich mein Handy verloren, ich könnte nie wieder Banking machen. Ja, das stimmt. Ja. Heiratsacken, ich habe einen Ordner, da ist alles Wichtige drin. Wenn der mal weg ist, ist mein Leben weg. Dann existiere ich, glaube ich, nicht mehr. Ich habe nicht nur einen Ordner, weil ich einfach so alt bin, Mona. Ich bin fast schon 300 Jahre alt. Du bist fast schon alle Zeitzonen in Dark. Ich habe vor dem Buchdruck schon, hatte ich wirklich schon Unterlagen. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Das ist, Kupferstiche habe ich hier. Das finde ich schön. Ich habe auch nicht so richtig Wissensbisse, sondern auch nochmal ein Funfact. Oder naja. Die auch ein bisschen wissensbissig sind. Netflix gibt ja immer keine genauen Streaming-Zahlen oder Zahlen der Streaming-Inhalte raus. Aber bestätigte jetzt schon bereits, dass Dark das meistgesehene Netflix-Original aus Deutschland ist und zwar auch weltweit. Er hat so ein paar lustige Zahlen einfach rausgegeben. Die deutliche Mehrheit der Zuschauer schafft, stammt nämlich außerhalb Deutschlands. Und zwar 93 Prozent, sagt Netflix selber, das muss man denen ja immer dann glauben, der Zuschauer der ersten beiden Staffeln von Dark kommen nicht aus Deutschland. Heißt also, mehr als neun von zehn Zuschauenden waren Ausländer. Ja, interessanterweise ist es so, dass sich dieses internationale Publikum Dark angesehen hat in unserer Sprache, also in der Originalsprache Deutsch und dann mit Untertitel. Auch nach Angaben von Netflix zum Beispiel rund drei Viertel der japanischen Zuschauer Dark auf Deutsch. In Korea waren es sogar mehr als 90 Prozent, haben das auf Deutsch geguckt und dann eben mit japanischen Untertiteln. Und besonders beliebt ist die Serie auch in Polen und Chile. Uh, weil vermutlich in Chile sehr viele ehemalige Nazis und ihre Nachkömmlinge leben. Wahrscheinlich auch Zeitreisende. Wie sieht es denn aus in Argentinien und anderen Ländern, in die die Nazis geflohen sind und jetzt so Lederhosen tragende Dorfburschen hervorgebracht haben? Stimmt. Weiß ich alles von YouTube. Natürlich, YouTube bildet. YouTube bildet. Ja, ich glaube das auch, dass man das, weil das Englisch ist immer ganz schlimm synchronisiert, das klingt einfach nicht gut und dann guckt man es lieber an auf Deutsch mit Untertitel und ich glaube, die Zielgruppe sind sowieso eher, also die meisten Leute werden in der zweiten Folge aussteigen, wenn sie sowieso zu dumm sind, einen Untertitel zu lesen. Ja. Also man muss da echt dranbleiben, aber es sieht so sehr hochwertig aus und ich würde auch eine vierte Staffel gucken. Auch wenn ich jetzt vielleicht neben meinem Lachflash ein bisschen negativ geklungen habe, das ist nicht so. Nein, nein, nein. Nein, das kam nicht. Ich habe noch einen lustigen Funfact ausgegraben. Okay, mal raus. Die fiktive Stadt Winden trägt die Postleitzahl 36177 und die einzige Stadt mit denselben vier beginnenden Ziffern ist Bebra im Landkreis Hersfeld-Rotenburg in Hessen. Okay, das gibt es also. 36179. Aber Winden gibt es nicht. Es ist nicht wie Couronne, dass es wirklich gibt, Grauen im Windschgrauen. Nein, es ist, Winden könnte überall sein. Okay, aber trotzdem so schön eingegliedert, sodass es es theoretisch geben könnte. Ja, es sieht so aus wie einfach Kleinstädte aussehen. Ja. Wurde das nicht auch bei Berlin irgendwie so gedreht? Ja, die Drehorte sind ganz viele verschiedene. Also der Drehort, die haben Gleis, also sozusagen Gleise und so Bahnstrecken, wo lang spaziert wird, das haben sie in Brandenburg gedreht. Dann haben sie aber auch im Harz gedreht. Die Szenen, die innerhalb von Höhlen und Stollen sind, wurden da teilweise gedreht. Und den Eingang zur Höhle haben sie auch wieder in den Wäldern irgendwo in Brandenburg gedreht. Und die Häuser sind ja oft Studio oder halt, wo es halt gerade passt. Also das ist ja dann nicht, dass die einen Ort sich aussuchen, wo alle Leute leben, sondern das eine Haus steht da, das andere steht woanders. Mein Gott, das ist halt immer so. Ach cool. Wie ist es denn dann eigentlich mit der Synchronisation? Also ich mag ja Englisch oft nicht so dolle, weil, also ich gucke es mir gerne an, aber ich mag das oft nicht so dolle, weil das ja der Ton ist von der Aufnahme. Das wird ja dann nicht nochmal so klar. Da steht ja keiner nochmal im Studio und spricht das alles nach. Wie ist es denn bei dem Deutschen dann auch so, oder? Haben die dann auch Tonangel und dann wird der Ton genommen oder ist da nochmal so richtig, wie als würde man das synchronisieren, nochmal so eine richtig schöne Spur drüber gelegt? Nee, die haben eine Tonangel oder sind verkabelt so oder sie haben halt Offtexte. Die Serie hat natürlich auch ein, zwei Offtexte und das wird dann nachträglich drauf gesprochen. Und in der Tonmischung hat die eine Kritikerin ja, also die Journalistin kritisiert, dass ihr zu viel Wumms auf der Tonmischung war und man hört schon sehr viel so Stromgeräusche so im Hintergrund oder so, wummerndes und so, wer es immer eine Brisanz vermitteln soll. Das ist die internationale Tonspur dann, wo die Geräusche drauf liegen. Und da wurde dann nochmal die musikalische Tonspur ein bisschen sehr weit nach vorne gezogen, dass es den Leuten zu sehr wurm hat. Es kann aber auch sein, dass man, wenn man das anguckt mit so Dolby Surround im Wohnzimmer, dass das zu viel Bass ist oder so. Ich gucke das meistens über Kopfhörer am Computer, weil da habe ich so das Gefühl, ich bin so ein bisschen abgeschottet von allem und habe so meine Ruhe in einem dunklen Wohnzimmer, nur mit Kerzen um mich herum. So liebe ich das. Und dann Dark gucken, wow. Leben am Limit. Ja, ich fand nur gruselig, fand ich Dark jetzt nicht. Ich fand es nur düster und brisant, weil die ja immer in irgendeine Zeit zurück mussten oder da ist jemand gestorben. Aber es ist jetzt nicht wie andere Serien, wo man hier Spuk in Hill House oder so, wo man denkt, oh mein Gott, die kopflose Frau fliegt durchs Bild. Okay, okay. Also düster, aber nicht gruselig, so würdest du es sagen. Ja, also für mich ist es nicht gruselig. Und man kann sich ja auch damit vertraut machen. Es gibt ja mittlerweile 26 Folgen mit einer undefinierbaren Lauflänge in drei Staffeln, jetzt bei Netflix. Und ich vergebe siebenmal 3,5 minus zwei Sterne von fünf Dimensionen. Großartig. Sehr schön. Was für eine Folge. Also das ist uns ja auch noch nicht passiert, dass wir da auch so ein Lachflash haben. Das war ja einfach nur Wahnsinn. Und alles, was ich zu dieser Folge beitragen konnte. Ansonsten folgt uns bitte bei Instagram, Marcel Mann, Moderatorin Mona. Und vor allem folgt ihr uns bitte bei euren Podcast-Apps, egal auf welcher ihr uns gerade konsumiert. Da kann man überall folgen, dann verpasst ihr nämlich keine neue Folge, sondern dann werdet ihr benachrichtigt. Und gerne bei der Apple Podcast solltet ihr uns ihr über diese hören Sternchen geben und auch gerne kommentieren. Da rutschen wir dann nämlich in den Algorithmus rein. Fragt mich nicht genau wie, aber das wäre super. Rutschi, rutschi. Damit helft ihr uns sehr gerne. Und ansonsten freuen wir uns sehr, wenn ihr uns weiterempfehlt. Mundpropaganda hoch im Kurs bei uns oder bei Instagram Stories teilt, dass eure Freunde da und Follower aufmerksam werden. Da freuen wir uns sehr, weil wir machen das ja so nebenbei, so als Hobby-Spaß-Ding. Und da freuen wir uns natürlich, wenn das gehört wird. Durchaus. Und wir uns da unterstützt. Da wären wir euch sehr dankbar. Da reposten wir euch auch gerne. Und das habe ich fast federfrei hinbekommen. Und damit habe ich für heute alles erreicht. Danke, tschüss. Das war Mona. Jetzt geht sie wieder in die Gummizelle. Bis nächste Woche, Mittwoch. Ich bedanke mich in allen mir vorliegenden Zeitzonen. Euer Noah. Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.